Hey Freunde und willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Die letzte Aufnahme musste ich ja aufgrund dieses tollen Bugs mit dem Kostüm beenden. Und hab dann mal eben schnell Kostüm gewechselt und jetzt geht es weiter. Wir haben den Gürtel abgelegt und sitzen jetzt im Truck. Wo auch immer er uns jetzt hindringt. Können wir mal ein bisschen aus dem Fenster gucken hier. Wir sehen gar nichts. Meint, jemand verfolgt ihre Bewegungen durch die Stadt? Das hab ich geahnt. Ich höre, dass wir etwas verpasst, aber wie sehen Sie es? Die Würfel sind gefallen, Batman. Von nun an brauche ich deine volle Aufmerksamkeit. Der Albtraum ist fast vorhundbar und dein Versagen fast vollendet. Ich kann es sehen und bald wird es die ganze Welt sehen können. Deine Augen verraten dich. Die Vorhinein werden... Ui. Was ist denn da los? Nein, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Fragt mich nicht, warum ich das glaube zu wissen. Aber ich hab das im Gefühl. Ich sag's euch gleich, sobald wir es rausfinden, ob ich recht habe. Wir sind in der Crime Alley. Das hab ich mir gedacht. Das ist der Ort, an dem Bruce Waynes Eltern getötet wurden. Vor seinen Augen. Das hab ich irgendwie im Gefühl gehabt, dass wir genau hier landen. Ach du Scheiße. Wow. 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 So ein glückliches Paar. Aber schade um den Jungen. Der kleine Bruce ist nie darüber hinweg gekommen, nicht wahr? Naja, wer hin ist, ist halt... Das Leben geht weiter, Kleiner. Lass los, beende es. Geh zu deinen Eltern. Ja. Onkel Jay übernimmt jetzt den Laden. Oh, muss ich mich jetzt mit Joker kloppen? Ach du Scheiße. Und ich hab keine Waffen. Ich hab gar nichts. Oh, da kommen immer mehr, seh ich grad. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier nicht so ein Unendlich-Kampf ist. Den ich hier... ewig machen muss. Sondern, dass es hier vielleicht darum geht, eine bestimmte Anzahl von Joker-Kopien hier über dieses Joker-Ausschalten zu erledigen. Wenn Mom und Dad dich jetzt so sehen könnten, sie werden so... verspürt! Sieh dich doch nur mal an! Wirklich erwerblich, wie du dich streust! Man könnte wirklich glauben, du hättest etwas, wo du für sich zu kämpfen lagen! Und was ist mit diesem Lexicon auf dem Geld, dann? Bosh! Du, ich kann die ganze Nacht weiter machen, was ich? Mein Geist ist wirklich... Mach schon, Wetz. Du weißt, was zu tun ist. Boah, scheiße, jetzt muss ich Joker töten. Naja, das ist wahrscheinlich hier sowieso so eine durch dieses Gas hervorgerufene Illusion. Oder Halluzination. Ja, war ja klar. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, die ganze Zeit so einen Typen im Kopf zu haben. Zurück zum Arkham Asylum. Batman, bist du es? Es tut mir leid, Robin. Bist du bereit? Es wird nicht so enden, wie du denkst, Crane. Genug der Tapferkeit. Dafür ist es jetzt zu spät. Mir ist egal, wer du bist. Aber ihnen nicht. Ich werde ihnen ihre Hoffnung nehmen. Wenn sie dir in die Augen starren, werden sie dich beschuldigen. Das Versagen wird ein Gesicht und einen Namen tragen. Es ist Zeit. Mr. Gordon, erweisen Sie mir die Ehre? Niemals. Von dir nehme ich keine Befehle mehr entgegen. Du Mistkerl. Nimm die Maske ab, oder mein nächster Schuss wird ihn töten. Es ist okay. Nichts ist okay. Du weißt, was das bedeutet. Das ist das Ende. Wenn die rausfinden, wer du bist, gibt es kein Verstecken. Du musst mir vertrauen, Jim. Du weißt, was du bist, ist das Ende. Alle va真 Ou, es ist das Ende. Wayne? Bruce Wayne? Jetzt wird die Welt ein wahres Gesicht erkennen. Die Legende ist enthüllt. Machtlos, menschlich, ängstlich. Worauf warten wir noch? Erledigen wir ihn. Nein, nein, wir machen das richtig. Er muss sich dem Recht stellen. Er hat 50 unserer Männer kaltgemacht. Wir sollten ihn erledigen, bevor er aufwacht. Er ist zu gefährlich. Wir haben ihn mit 100 Knarren im Visier. Der geht nirgendwo hin. Leute, Leute, Leute! Ha! Es ist schön, euch zu sehen. Es war eine Mordsarbeit, euch aufzuspüren. Uns aufzuspüren? Wir haben nicht. Oh, Koppelpodd. Stets grausam, aber nie gewieft. Grog, alter Junge, du solltest dich duppen. Geil. Was ist denn das für eine geile Kiste? Ich hab ein neues Bettmobil. Ich hab ein neues Bettmobil. Oh. Das ist geil, das macht richtig Laune hier mit dem Ding. Das ist geil, das ist geil. Das ist geil. Geil. Die Karre ist geil. Was war das? Jungs, ich will doch nur reden, darüber euch zu erschießen, mit dieser Knarre. Was ich tun, Kriechertum konnte ich noch nie leiden, Koppelpott. Ich renne jetzt hier einfach durch und knall sie alle ab. Eine Geisel, Enigma? Ich denke mal, wir sind ja sowieso gerade in so einer Wahnvorstellung. Nicht nach dem, was du getan hast. Ha, 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 ich bin der Kampelkönig, Clown Fürst des Chaos, der Schalk des Schlachtens. Du hältst mich? Beende, beende diesen Wahnsinn, bitte. Wo ist dieses... Also ich habe ja so einen Verdacht... Wow... Gut, den Verdacht hatte ich jetzt nicht, dass Gotham brennt. Ah, das ist vielleicht meine beste Arbeit bisher. Bitte hören Sie jetzt. Nach allem, was Sie für die Stadt getan haben, bedenken Sie, was Sie da tun. Sag mal, ich bitte Sie! Master Bruce, Batman, hören Sie doch! Denken Sie an Ihre Familie, Bruce, Ihren Vater! Was würde er sagen, wenn er Sie so sehe? Bitte, bitte beenden Sie diesen Irrsinn! Oh, Alfred, treuer alter Alfred. Master Bruce ist vorn. Aber keine Sorge, dein neuer Master kommt nach Hause. Weißt du, was jetzt geschieht, Bruce? Bruce Wayne. Ich werde dich nicht töten. Ich werde dich befreien. Sei frei und sieh, wie die Stadt, die du beschützen wolltest, zerfällt. Frei, zu sehen, wie jeder, den du liebst, zu Tode gehetzt wird. Jeder Schrei, jeder Tod, Vergeltung für alle von Batmans Taten. Gut. Was? Verstehst du denn nicht? Es ist vorbei. Mach dich bereit für die Zugabe. Wo bleibt deine Furcht? Ich denke mal, das, was jetzt so gerade gezeigt wird, ist so ein bisschen Batmans innerer Kampf. Ich bin wohl immun. Hey Batz! Bist du noch da? Gegen den Joker oder gegen dieses, ja, ja, im Prinzip gegen dieses ein zweites Ich. So würde ich das alles, was ich bis hierhin gesehen habe, so ein bisschen interpretieren. Ich kann natürlich auch voll daneben liegen. Cool, jetzt spielen wir hier sogar, äh, in Shooter-Manier. Wow. Woohoo! Knusträglich! Ach! Dem Körper bin ich ohnehin entwachsen! Willst du mir irgendeetwas sagen, Batz? Ich bin nicht tot! Ich bin lebendiger als eh und je! HäWhyaur! Momentchen mal! Das da? Das ist nicht mein Grab! Oh, nein, 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 nein! Das ist ja Jokers schlimmste Angst, in Vergessenheit zu geraten. Quasi vergessen zu werden. Ich glaube, das ist auch so... Das ist glaube ich so ein bisschen eine Anspielung darauf, weil das wirkt hier alles so ein bisschen wie so ein zerfallenes, ungepflegtes, vergessenes Grab und das ist so ein bisschen vielleicht sinnbildlich dafür, wovor der Joker am meisten Angst hat und ich würde vermuten, wie gesagt, das Ganze spielt sich jetzt glaube ich gerade so ein bisschen im Kopf von Batman ab. Oder von Bruce Wayne und er versucht hier mit dem hier oder irgendwie stellt das hier dar seinen Kampf gegen diesen Joker in sich, indem er ihn mit dem konfrontiert, wovor er am meisten Angst hat und das ist halt in Vergessenheit zu geraten. Und wer heult da? Wie gesagt, der wahrscheinlich versucht Batman... Oder Bruce Wayne, den Joker in sich loszuwerden, indem er... Und indem er ihn mit seiner größten Angst, seiner größten Furcht konfrontiert. Guten Abend Gotham mit mir, Vicky Vale. Und mir, Glenn Woodburn. Also Glenn, heute ist der Jahrestag von Jokers Tod. Was fällt Ihnen dazu ein? Entschuldigung, wer? Der Joker. Erinnern Sie sich nicht? Der Typ mit den Fragezeichen. Der ist tot? Nein, nicht er. Äh, Vicky, helfen Sie mir auf die Sprünge. Wissen Sie was? Es spielt keine Rolle. Vergessen wir ihn einfach und fahren wir fort. Ja, vergessen wir ihn und fahren wir fort. Des Weiteren wurde heute ein Museum über Batman und seinen Erzfeind, den Pinguin, auf Bleak Island eröffnet. Was? Du glaubst, das ist unheimlich, Bats? Wenn ich hier rauskomme, werde ich an jede Wand Gothams meine Namen mit Blut spüren. Ich werde ihn in jeder Leiche ritzen. Ich, ich, ich... Niemand wird mich je vergessen. So, wie komme ich jetzt hier heraus? Ja, hier, Harley Quinn and Riddler expecting first child. Äh, sprich, er hat halt auch, ähm, Harley quasi verloren. Vicky Vale hat auch, äh, gerade gesagt, ja, vergessen wir es einfach. Keiner erinnert sich an den Joker. Komm raus! Und das macht ihm langsam Angst, habe ich den Eindruck. Ich finde dich! Und schwächt ihn halt auch. Oh, hier erscheinen... Jetzt hoffe ich nicht die ganze Zeit in den Scheiß-Statuen. Ohohohoho! Keine Lust mehr, Bats? Boah, ich muss jetzt wahrscheinlich die ganze Scheiß-Statuen hier kaputt schießen. Ohohoho! Oh! Ah, das wird doch jetzt garantiert irgendwie so ein... Davor vergessen zu werden, mein Freund. Und genau das wirst du jetzt. Davor vergessen werden, Joker. Dank mir. Ich bin die Rache. Ich bin die Nacht. Ich bin Batman. Ah, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Anspielung darauf, ja quasi den Joker ein für allemal verschwinden lassen, ihn wegsperren. Sich... sich... sich endgültig von ihm befreien, von ihm lösen. Ich denke mal, das ist so das, was diese... diese letzten paar Minuten so darstellen sollen. Das ist so geil. Das ist so eine geile Art, diese Geschichte und dieses Verhältnis zwischen Joker und Bruce Wayne zu erklären und erzählerisch zu nutzen. Das finde ich so geil. Verstehst du, Gotham? Du hast keinen Erlöser. Nie wieder Hoffnung. Nie wieder, Batman. Ich habe gesiegt. Ich habe keine Angst, Cray. Unmöglich. Ohne Angst ist das Leben sinnlos. Was? Wow! Ach Mensch, es wurde ja vorhin gesagt, irgendjemand folgt ihm. Dann war das der Neid, der seiner Bewegung gefolgt ist. Und deswegen hat Bruce ja auch irgendwas gesagt von, das habe ich befürchtet oder so. Oder das hat er sich gedacht, irgendwie sowas. Was ist los? Angst. Ganz sichererisch. Ach, 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 ach. Ha 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 ha! Er ist stark. Er wird das überstehen. Pass auf ihn auf. Auf sie alle. Du warst ein guter Freund. Der Beste, den ich je haben konnte. Du warst von Anfang an da. Und jetzt siehst du, wie es endet. Das beste Geschenk heute Nacht. Ich komme zu glauben, dass er hier ist. Bruce Wayne also. Wenn es dir recht ist, dann bleibe ich bei Batman. Du klingst ängstlich, Crane. Wir dünn dich dran. Sir, es ist vorbei. Die Welt weiß Bescheid. Was nun? Gotham braucht Batman noch. Für eine letzte Nacht. Und dann? Zeit für das Nightfall-Protokoll. Sind Sie sicher? Es gibt keinen anderen Weg. Ich brauche die Stimmbestätigung. Martha. Sehr wohl, Master Bruce. Ihre Anweisungen werden genau befolgt werden. Es ist geschafft, Freunde. Neue Story Plus verfügbar im Hauptmenü. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal gönnen. Ich vermisse Scarecrow's Reden. Hat sich richtig nach Halloween angefühlt. Wobei der Riddler witziger ist. Es ist tatsächlich geschafft, Freunde. Wir haben jetzt nur noch... Hey, ein Countdown wird hier gerade gemacht. Stelle einen weiteren Verbrecher auf der Phanus-Liste, um das Nightfall-Protokoll zu initiieren. Ich muss alle Riddler-Trophäen finden, um ihn hervorzulocken. Genau, das musst du. Und das nehme ich mir jetzt vor. Das Ganze mache ich aber auf Screen, Freunde. Es war ein geiles Endgame. Das kann ich nicht anders sagen. Ich finde, wie man den Joker vor allen Dingen, je nachdem er ja in Arkham City gestorben ist, hier wieder eingebracht hat. Das war so genial. Und dann am Ende dieser innere Kampf zwischen dem Joker und Batman und wie Batman den Joker seiner größten Angst vorgeführt hat oder ihm seine größte Angst vorgezeigt hat und die ausgenutzt hat, um ihn letztendlich endgültig wegzusperren und sich von ihm zu lösen, sich von ihm zu befreien. Das war so geil, auch von der Art, wie es erzählt wurde. Hammer. So, ich freue mich jetzt auf jeden Fall darauf, dass wir uns bald den Riddler schnappen dürfen. Dafür mache ich jetzt noch die ganzen scheiß Riddler-Trophäen fertig. Da habe ich ja richtig Lust drauf. Aber ich mache das und dann, dann gibt es eine letzte Folge. Das wird das Nightfall-Protokoll. Da werdet ihr den Kampf gegen den Riddler sehen und das Nightfall-Protokoll. Bin gespannt, wie es aussieht oder was da passiert. Ich habe einen kleinen Verdacht, in welche Richtung das gehen kann. Da sage ich jetzt erstmal nichts zu. Aber auf jeden Fall sage ich hier vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr seid beim Finale, wenn es gegen den Riddler geht und wenn das Nightfall-Protokoll initiiert wird dabei. Bis dann, ich verabscheue mich.